40.000 Bäuerinnen und Bauern gibt es in Niederösterreich. Das Ergebnis ihrer Arbeit landet quasi täglich auf unseren Tellern. Was genau dahinter steckt und woher die Lebensmittel kommen, das wollen immer mehr Menschen selbst entdecken, etwa durch das Erlebnis Urlaub am Bauernhof. Nun will die Landwirtschaftskammer mit einer Aktionswoche insgesamt das Bewusstsein für die Arbeit der Bäuerinnen und Bauern erhöhen. Ein Blick in die Landschaft ist auch ein Blick auf die Arbeit der Bauern. Das ist aber nicht jedem bewusst. Die Leistungen der Landwirte sollen deshalb vor den Vorhang geholt werden durch neue Plakatsuchees und verschiedene Aktionen in der Woche der Landwirtschaft. Wo Bauernhöfe offen sind, wo Veranstaltungen gemacht werden, wo die Menschen eingeladen sind, Landwirtschaft zu erleben und zu begreifen. Und wir sind halt der Meinung, dass erst Erlebtes, wirklich Erlerntes ist, das dann auch bleibt. Unterstützt wird die Kampagne von der niederösterreichischen Versicherung, bei der zwei Drittel der Bauern im Land Kunde sind und der EVN, die für ihre 70 Biomassekraftwerke mit den heimischen Landwirten zusammenarbeitet. Die Betriebe sollen animiert werden, ihre Leistungen zu präsentieren, wobei schon jetzt immer mehr Menschen die Möglichkeit nutzen, den Alltag am Bauernhof hautnah zu erleben. 10 Prozent der Nächtigungen in Niederösterreich entfallen auf Bauernhöfe und Privatquartiere. Über die vergangenen zehn Jahre bedeutet das eine Steigerung von 26 Prozent. Und dazu brauchen wir Landwirte, die Gäste aufnehmen wollen, die zu uns kommen wollen. Wir suchen neue Betriebe, um diesen Ansturm an unsere Betriebe auch zu erfüllen zu können. Das Bewusstsein für den Ursprung von Eiern und Fleisch soll auch beim Konsum geschärft werden. Vor allem in Großküchen fehlt sehr oft die Info, woher die Zutaten stammen. Die Landwirtschaftskammer fordert deshalb eine entsprechende Kennzeichnung mit ersten Erfolgen. Die rot-weiß-rote Lupe ist bereits in den Großküchen des Landes Niederösterreich sowie einigen privaten Seniorenheimen zu finden. Untertitelung des ZDF, 2020